Wie gesagt, 10 in der Pflicht, Laura Kutina. Neben Cathy Schabo, die letzte Olympiasiegerin im Team der Rumäninnen. 17 ist sie alt. 100. Laura Kutina. Ihr erster Rund. Wie sehen, im Hintergrund konnte man es noch kurz erkennen, wie sie hier angezeigt. Der Satz-Hübersprung beginnt mit Rondas leichte Haltungsfehler bei Laura Kutina. 9,70 für ihren Sprung. Zweiter Versuch. Noch einmal. Aber der war noch schlechter. Ich gehe davon aus, dass die 9,70 in die Wertung kommt von ihrem ersten Versuch. Tja, bei den Rumäninnen fehlen ja einige, die noch in Los Angeles im Team waren. Und ich denke nur an Simona Pauka, die Olympiasiegerin. Schwebe Balken. An Lavinia Agathe oder Kutina Tidorak.